Heiß umfädet, wild umstritten, liegst dem Erdrecht du im Mitten. So könnte man in leichter Abwandlung der Bundeshymne das Thema Carbon Capture and Storage beschreiben. Dazu jetzt mehr in 3 Minuten Umweltrecht. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhubung Partner, Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und Energierecht in Wien, Salzburg und Graz. Wir sehen uns heute ein sehr umstrittenes Thema an, nämlich die geologische Verpressung und Speicherung von Kohlendioxid, das sogenannte Carbon Capture and Storage oder CCS. CCS funktioniert in drei Schritten. Zunächst soll CO2 aus dem Produktionsprozess zum Beispiel einer Industrieanlage abgeschieden werden und so dann mittels LKW oder mittels Pipeline zu einer geeigneten Lagerstätte transportiert werden. Dort, so der Gedanke der sogenannten CCS-Richtlinie, soll unter Einhaltung gewisser Umweltstandards des CO2 dann in tiefen geologischen Strukturen verpresst werden und dort dauerhaft gespeichert werden. Das hat selbstredend den Vorteil, dass das CO2 nicht in die Atmosphäre gelangt und dort den schädlichen Treibhausgaseffekt mit verursachen kann. In Österreich ist das Verpressen von CO2 und geologischen Strukturen allerdings verboten. Seit dem Jahr 2011 gibt es ein sogenanntes CO2-Speicherungsverbot nach dem sogenannten Verbotsgesetz. Demnach darf zwar in Österreich das CO2 abgeschieden werden und transportiert werden, allerdings ist die Ablagerung in geologischen Strukturen ausgeschlossen. Für die Industriebetriebe hätte die Endlagerung von CO2 allerdings durchwegs Vorteile. Zum einen gibt es gewisse CO2-Emissionen, die sich auch durch eine Umstellung auf erneuerbare Energien nicht vermeiden lassen. Das heißt, hier stellt sich die Frage, was passiert mit diesem unvermeidlichen CO2. Gleichzeitig, in rechtlicher Hinsicht, hätte es den Vorteil, dass dieses CO2, das entgelagert wird, also im Einklang mit der CCS-Richtlinie verpresst wird, nicht mehr dem Emissionshandel unterliegt. Sprich, ein Industriebetrieb würde sich für eine Tonne gespeichertes CO2 auch ein entsprechendes Zertifikat sparen. Wie es mit CCS in Österreich weitergeht, ist noch nicht entschieden. Ende des Jahres 2023 steht eine verpflichtende Evaluierung des Verbotsgesetzes an. Es ist in der politischen Diskussion das Storage, also die Speicherung von CO2 auch in Österreich, wieder zu erlauben. Man darf also gespannt sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017